VIDEOTEF 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 Ja ... gebt mir dich auf den Sack... VIDEOTEF 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 Heute geht es um eine Hardrock-Band, über die ich schon mal gesprochen habe, nämlich über ihr vorangegangenes Album. Heute geht es um Gyrish and the Chronicles mit dem Album Hail to the Heroes. So sieht das Ganze aus. Wir kommen noch im Genauen dazu. Erstmal zum Hintergrund so ein bisschen, das, was ich hier jedenfalls auf Spirit of Metal gefunden habe. G.A.T.C. oder Gyrish and the Chronicles machen Hardrock und sind aktiv seit 2009. Und sie kommen, kurioserweise, aus Indien. Das ist eine indische Hardrock-Band. Setzt sich zusammen aus folgenden Musikern laut Spirit of Metal. Suraz Sun an der Gitarre, Yogesh Prathan am Bass und Keyboard, Gyrish Prathan, Gyrish Prathan, wie immer man sich das ausspricht, an Vocals und Gitarre. Der ist auch bei einer Band namens Firstborn. So, und dann haben wir noch Nagen Naxx am Schlagzeug. Dies hier ist das, jedenfalls laut Spirit of Metal, zweiter Album. Das erste habe ich auch, Rock the Highway. Da hatte ich ja schon ein Review 2020. Ne, ja doch, 2020 war es. Habe ich richtig im Kopf, siehst du. Sie ist hier gerade. Gedreht, das findet ihr auch auf meinem Kanal. Und jetzt, ja, ich fand die halt gut, wirklich gut, die vorangegangene Scheibe. Das war halt richtig knackig. Das war ein druckvolles, geiles Rock-Album. Habe mich erinnert an irgendwo, irgendwo zwischen Steelheart, Gotthard und ähnlichen Bands. Und das fand ich halt genial. Und da habe ich mir natürlich auch die neue geholt. Ja, und darüber sprechen wir dann jetzt. Und wir kommen dann auch erstmal zur Optik. Ja, das ist ein ähnliches, ne, hier muss ich, ähnliches Problem wie beim Vorgänger-Album. Das mit den Cover-Motiven, da müssen wir ja noch einiges machen. Also wir haben hier halt einfach ein Band-Foto raufge-Photoshoppt auf so ein Bild von, was soll das sein? Ein Tiger oder so? Keine Ahnung. Hail to the Heroes steht unten. Oben G-A-T-C, Garish and the Chronicles. Uff. Ich hätte die Band selbst weggelassen. Vorne drauf jedenfalls. Und nur dieses Tiger-Motiv gewählt. Die Schrift ein bisschen kleiner. Okay, keine Ahnung. Ja, hinten drauf haben wir nochmal dieses Tiger-Motiv. Und können wir dann halt eben sehen. Wenn du jetzt hier irgendwo in den Bereich etwas kleiner dieses Garish and the Chronicles reinknallst. Und dann hier unten Hail to the Heroes. Ist das doch schon mal ein besseres Cover-Motiv. Und dieses Band-Foto kannst du dann ja hier hinten drunter machen. Oder hier in kleiner. Und dann hier die Song-Titel, die man hier teilweise auch schlecht lesen kann, weil es halt weiß auf weiß ist. Aber ja, es geht. Es geht. Mit zwei Züge für den Augen. So, dann. Label-Print zeigt nochmal das Motiv. Hier haben wir dann nochmal so ein bisschen dieses Tiger-Motiv und die Titel. So, und jetzt kommen wir zum Inneren. Komm. Bitte komm noch diesmal raus. Ich habe da jetzt schon so oft mitgekämpft mit diesem Bucklet. Und es lohnt sich halt nicht, ne. Jetzt muss ich hier wieder wie so ein Blöder ab. Wo hier so, hier sind schon. Ach komm jetzt. Bitte komm raus. Bitte komm raus. Danke. Es ist ein Kampf jedes Mal. Nur weil, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Balken statt Nippel. Hier sind diese scheiß Balken statt diese kleinen einzelnen Tropfendinger. Diese einzelnen. Da kriegst du es wunderbar rüber. Und es hält fest genug, dass das Bucklet nicht von alleine rausfällt. Das ist jetzt nicht zu fassen, ey. So. Ja, das Bucklet ist halt sehr schlicht. Es hat einfach nur weiße Schrift auf dunklen Untergründen. Aber, das Gute daran, ja, es ist halt lesbar. Insofern lohnt es sich natürlich dann schon. Weil man kann halt die Lulix mitlesen. Also ich habe da jetzt nicht das große Problem gehabt. Ich hätte vielleicht noch gerne ein, zwei Seiten mehr gehabt. Und dann einfach noch größere Schrift. Aber, ja, ist okay. Ist okay. Also ich habe da jetzt keine Probleme. Ich konnte es mitlesen. Das ist die Hauptsache. Das ist die einzige Hauptsache. So. Aber wie gesagt, das Cover-Motiv fand ich nicht prall. Tut mir leid. Tut mir leid. Spricht mich nicht sehr an. Aber naja, gut. So. Geht ja hauptsächlich um die Mucke. Hätte ich jetzt nicht gewusst, was die für Musik machen. Und das wäre mir jetzt angezeigt worden. Neues Album von denen. Auf Heavy Harmonies. Hätte mich nicht interessiert. Hätte ich nicht mal reingehört. Ja, was soll das sein? Ja, weiß ich nicht. Sieht so unprofessionell aus. Dann kann die Mucke ja auch nicht so doll sein. Ja, aber da liegt die wahre Qualität. Denn es geht jetzt um die eigenen Songs. Es steigt ein mit Primeval Desire. Da verlinke ich euch auch ein Video zu. Und dann wisst ihr Bescheid. Es steigt halt ein mit einem fetzigen Riff. In wuchtigem Mit-Tempo. Und der Sänger, dieser Gyrish-Gyrish, wie man sich der ausspricht, hat einfach eine obergeile, geniale Stimme. Irgendwo zwischen Skid Row und Steelheart, würde ich jetzt ganz grob mal so sagen. Ja, und Gotthard vielleicht noch so ein bisschen. Der Song hat einen simplen Gangshout-Refrain. Und eine Bassbridge gibt es auch noch, die zum Solo führt. Und auch die Produktion. Das ist auch Frontiers. Mittlerweile sind es also bei Frontiers gelandet. Keine Ahnung, wo es beim ersten Mal war, beim ersten Album. Aber ja, das ist halt, das ist einfach geil anzuhören. Nächster Song ist Children of the Night. Wieder geiles Riff. Wieder fettes Mit-Tempo. Also simpler, catchy Refrain, melodische Solo-Einlage. Und hinten raus wird es dann auch noch mal ein bisschen schneller, das Stück. I'm Not The Devil ist die nächste Nummer. Schnell rockend von vornherein. Rockige Strophen entsprechen natürlich auch. Und ein simpler Refrain, der dazu passt. Es gibt aber noch eine Bridge in diesem Song, die zum Solo führt, die dann eher einen Mit-Tempo-Groove hat und nicht so schnell ist. Was dann so einen kleinen Kontrast bildet. Love's Damnation ist der nächste Song, wo ich euch ein Video unten rein tue. Ein Link. Ist ein hymnisch stampfendes Mit-Tempo-Stück. Erinnert mich so ein bisschen an die kommerziellere Loudness-Phase. So Soldiers of Fortune, On the Prowl. So die Richtung hat mich das ein bisschen dran erinnert. Hat einen schönen Refrain. Eine ruhige Instrumentalpassage, die zu einem eher verspielten Gitarren-Solo führt. Und es gibt sogar noch einen Solo-Refrain, was mir auch sehr gut gefallen hat. Also der Refrain nochmal nach vorne hervorgehoben. Das mag ich immer gerne. Dann kommt Clearing the Blur. Clearing the Blur steigt wuchtig rockend ein. Allerdings mit Tempo, aber wirklich wuchtig. Der Refrain hier ist eher passabel, hat eine nette Hook. Aber ja, hätte man besser machen können. Vielleicht eine Zacken, aber ist in Ordnung. Und es gibt wieder einen gelungenen Solo-Part. Allerdings wird das Ganze am Ende dann nach dem Solo ausgeblendet. Dann kommt Lovers' Train. Da verlinke ich euch auch wieder ein Video. Steigt ein im Mit-Tempo. Mit so gezupften Riffs, die an AOR-Stil erinnern. Es gibt ein Wow-Wow-Refrain. Allerdings ohne Titelnennung. Nichts Lovers' Train. Es gibt aber ein schönes Solo in der Mitte. Und es ist insgesamt ein guter Titel. Mir fehlt hier aber leider wirklich ein bisschen der Hook-Refrain. Der Mit-Grül-Part. Oder der memorable Mitsing-Part. Diese Wow-Wow-Einlage. Super. Keine Frage. Aber ja. Der wächst ja vielleicht noch ein bisschen an mir. Jetzt kommen wir zu Rock'n'Roll Jack. Rock'n'Roll Jack ist wieder, also am Anfang erstmal fettes Mit-Tempo. mit einem simplen Shout-Refrain. Gang-Cloud-mäßig. Mit einem guten Solo wieder. Und es gibt eine akustische Bass-Einlage, die gut dazu passt. Auch, ja. Und dann kommt Überfluss. Jetzt kommt kompletter Überfluss. Jetzt kommt Hail to the Heroes Intro. Glücklicherweise ist es auch so hinten gelistet. Also hier steht auch wirklich Hail to the Heroes und in Klammern Intro. Also es ist auch so vermerkt. Das geht 43 Sekunden. 43 Sekunden ist ein bisschen akustisches Gezupfe. 43 Sekunden lang. Dann lasst es doch als Intro einfach übergehen in den Song. Und lasst es als Einzelzähler. Dann hat es halt 11 statt 12 Titel. Meine Güte. Dann ist der Haupttitel, der Album-Titelsong halt 43 Sekunden akustisch am Anfang länger. Stört sich doch keine Sau der Welt dran. Ich verstehe sowas nicht. Warum macht man das? Kann mir das irgendjemand da draußen erklären, was das soll? Naja, so dann geht's los. Dann kommt der eigentliche Titeltrack. Hail to the Heroes. Da verlinke ich euch auch ein Video dazu. Hymnisches mit Tempo in den Riffs und auch in den Strophen. Sehr guter, simpel gehaltener Refrain. Gelungener Solo-Part. Und sogar nochmal ein Solo-Refrain vor dem Herrn. Also da kommt der Refrain nochmal richtig geil zum Vorschein. Zum Vorschein. Und es ist einfach großartig. Es macht wirklich Spaß, das Ding zu hören. Hail to the Heroes. Klasse Nummer, meiner Ansicht nach. Dann kommt Shamans of Time. Und ab hier fällt das Album für mich ein bisschen ab. Shamans of Time fängt einem mit einem hymnischen Riff, so ein bisschen schleppendes Tempo. Die Strophen eher balladesk umgesetzt. Es wird so leicht psychedelic im Mittelteil, im Mid-Tempo. Es gibt keinen wirklichen Refrain. Verspielteres Solo. Ich fand das echt eher sperrig, das Stück. Und ich hab's jetzt auch ein paar Mal gehört. Es bleibt sperrig für mich. Es gibt mir nichts mit auf den Weg, dieses Stück. Dann kommt The Heaven's Crying. Das steigt mit Streichern ein, so ein bisschen. Und hat dann erstmal eine balladeskige Strophe. Mit einem langsamen, hymnischen Refrain und Riffs dazu. Die dann auch ein bisschen heavier, in Anführungszeichen, sind. Dann folgt noch eine wuchtig, epische Bridge zu einem wirklich schönen Solo. Also Heaven's Crying ist halt eine gute Power-Ballade. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also ja, okay, okay. Ja, und dann kommt der Rausschmeißer Rock'n'Roll Fever. Treibend rockig, simple Strophen und ebenso simpler Refrain. Es gibt ein bisschen Solo-Duelle. Es ist ein rockiger Ausstieg. Hab mich aber nicht aus den Socken gehauen. Dann hätte ich lieber die Ballade ans Ende gesetzt. Und mit so einem harmonischen Ausklang. Das war ja eine gute Ballade, immerhin. Aber ja. Aber ja, gut. Nichtsdestotrotz finde ich das Album sehr cool. Alleine der Titeltrack und der Opener. Und sowieso die ersten paar Songs. Haben sich schon absolut gelohnt, das zu holen. Ist halt ein richtig schönes, saftiges. Ich mag diesen knackigen Hardrock manchmal wirklich gerne. Und wenn ich auf sowas Bock habe, dann lege ich auch genau diesen Stil halt auch ein. Ihr könnt ja reinhören. Ihr habt ja ein paar Links unten zur Verfügung. Und dann könnt ihr mir, falls ihr möchtet, eine Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und dann bin ich ja mal gespannt, was da rauskommt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich, wie immer, Farewell.